Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe, die dritte Halbzeit, alles rund um die Bundesliga und Fußballwelt bzw. gestrischen. Wir haben eine Spezialfolge zur EM 2016. Ich bin der liebe Diko und ich hoffe, du bist heute wieder dabei. Wenn wir mal kurz gucken, wie habe ich eigentlich das vierte Finale gezippt und was kommt uns beim Halbfinale auf uns zu? Und das wollen wir heute mal ein bisschen angehen. Ja, gucken wir uns mal einfach mal in Ruhe die Ergebnisse, die wahren Ergebnisse und vergleichen mal mit meinen Ergebnissen. Und da sehen wir erstmal Polen hat verloren gegen Portugal 3 zu 5 nach Elfmeterschießen. Dann haben wir Wales gegen Belgien 3 zu 1 und dann haben wir Deutschland und Italien 6 zu 5 nach Elfmeterschießen. Und dann haben wir Frankreich gegen Island, was kein Elfmeterschießen war, sondern ein 5 zu 2 nach 90 Minuten. Bevor ich jetzt auf jedes Spiel mal kurz eingehe, hier mal der Vergleich, was ich getippt habe. Wer meine ganzen dritte Halbzeitfolgen bisher verfolgt hat, weiß, dass ich eigentlich relativ nah dran immer in allem lag. Aber das Viertelfinale ging ja mehr als in die Hose. Da habe ich nur Deutschland, das Weiterkommen richtig getippt. Aber ansonsten ist alles ein bisschen, ja, katastrophal geworden. Und da sehen wir hier folgendermaßen. Da habe ich einfach mal gesagt, ich denke, Polen ist stärker als Portugal. Da habe ich 2 zu 1 gesagt, schon mal total falsch. Wie gesagt, 3 zu 5 für Portugal. Dann habe ich gesagt, 3 zu 1 für Belgien, aber es ist 3 zu 1 für Wales ausgegangen. Und 2 zu 0 für Deutschland, habe ich gesagt. Es ist aber ein 1 zu 1 ausgegangen. Beziehungsweise Frankreich, beziehungsweise Elfmeterschießen dann halt 6 zu 5 verloren. Frankreich, Island, da war ich einfach mutig und dachte, komm Island, ihr schafft das irgendwie weiter. Ich habe 0 zu 1 getippt. Aber wie gesagt, es wurde am Ende ein 5 zu 2. Ja, ganz kurz, wir klappern mal ganz kurz ab. Ihr könnt natürlich eure Meinung auch in die Kommentare schreiben. Und vielleicht seid ihr auch in meiner Meinung. Was ich jetzt erzähle, ist natürlich meine Beobachtung. Das heißt nicht, dass das so sein muss oder ist. Aber ich denke, ich würde das gerne einfach mal preisgeben. Und macht das jetzt einfach mal. So, und zwar, wir legen los mit folgendem. Natürlich hier mit unserem wunderbaren Polen gegen Portugal. Und da ist folgendes. Ich muss sagen, es war im Gesamtbild, ja, das langweiligste Viertelfinal-Spiel. Und auch das Spiel, was mich am wenigsten interessiert hat, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, und ich kann auch nicht so, so viel dazu sagen, weil es das einzige Spiel, was ich teilweise, ja, die ersten 30 Minuten verpasst habe. Und ich finde, dann habe ich auch nicht das Recht, irgendwas zu kritisieren oder zu bewerten oder Meinungen zu äußern. Wenn man etwas nicht gesehen hat, sollte man die Finger davon lassen. Trotz allem habe ich irgendwie wieder mal dasselbe erkannt, wie schon in den letzten Spielen. Und Portugal kommt nur weiter, weil sie ihre Taktik perfekt umsetzen. Aber spielerisch ist das so eine Sache, wo ich mich frage, ist das Europameister fähig, was man da spielt? Sie sind keine schlechte Mannschaft, ganz klar, haben tolle Spieler. Aber was man bei Portugal merkt ist, sie sind nicht so wie Italien oder Deutschland. Sie sind einfach nicht so ein Kollektiv. Sie sind irgendwie nicht so eine Einheit, ja. Da ist jeder für sich so irgendwie. Auch der neue Bayern-Spieler Sanchez, habe ich das Gefühl, der super gespielt hat, ganz klar. Aber auch er hätte mit mehr Übersicht, mit mehr Teamwork vielleicht mehr vorlegen können für Ronaldo und Co. Und deswegen war das schon sehr glücklich, wie es für Portugal voranging. Für Polen ist das natürlich schade. Die waren für mich ein gutes Team. Ich hätte sie bis ins Halbfinale, hätte ich sie bestimmt mir vorstellen können. Natürlich nicht ins Finale. Ist natürlich bitter. Muss aber sagen, dass leider Polen dieselbe Sache leider bekommt wie Schweden von mir. Und da muss ich einfach sagen, dieser Hype auf Lewandowski tat den einfach nicht gut. Lewandowski ist jetzt nicht so ein Egomane, das nicht. Aber das tat irgendwie nicht gut der Mannschaft. Genauso wie es eben bei den anderen Teams so ein bisschen war. Und bei Polen tat das halt einem nicht... Ja, es war halt schwierig. So, und bei Schweden zum Beispiel, Ibrahimovic war es genauso. Alle haben den Hype und haben die Hoffnung auf Ibrahimovic gesetzt. Und Ibrahimovic, ganz ehrlich, Leute, tut mir leid, ich sagen muss, er hat grauenhaft gespielt. Er hat absolut grauenhaft gespielt, diese EM. Kann man jetzt natürlich so sehen, dass er einfach schlecht gespielt hat. Man kann auch natürlich so argumentieren, dass er einfach, ja, ähm, keine guten Hintermänner drin hat. Aber für mich persönlich ist ein Fußballer kein guter Fußballer. Wenn er nur gut spielt, wenn er gute Hintermänner drin hat, dann darf er sich nicht so in den Fokus legen. Ein Bale zum Beispiel, wie der abgeht für seine Mitspieler, der will gar keine Tore schießen, der will die Tore sogar vorlegen, der will einfach leidenschaftlich weiterkommen. Da kann ich das akzeptieren, dass der Fokus auf ihn gelegt wird, weil es ihm einfach scheißegal ist, ja. Es interessiert ihm diesen Fokus nicht. Er nimmt natürlich diese Herausforderung an, ähm, aber er möchte, dass das Team weiterkommt. Und Ibrahimovic, seine Arroganz so ein bisschen, hat, glaube ich, Schweden auch ein bisschen ruiniert. Bei Polen ist das auch nicht der Fall, weil Lewandowski interessiert das teilweise gar nicht, was so draußen passiert. Trotzdem, ich denke einfach, ähm, diese Mannschaft hat ein bisschen Mannschaftsstärke im Gesamten gefehlt, um Portugal zu schlagen. Ansonsten, finde ich, war das ein super, ein super EM von Polen. Und, äh, das da zu Wales gegen Belgien, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Belgien und Deutschland schon im Finale irgendwie gesehen. Aber dann plötzlich, Wumms, die Dumms, kommt ein Spiel, das überragend war. Ich dachte, in den ersten 10 Minuten, alles klar, Belgien wird das so rocken. Also, was die da für Chancen haben, wie die das gefetzt haben. Und dann plötzlich kommt Wales an und, ja, macht solche Tore. Das war mehr als überragend. Und Bales Jubel, den man öfter im Fernsehen gesehen hat, der hat mir ein bisschen Angst eigentlich, ehrlich gesagt. So, und ich muss sagen, Wales hat mir gegen Nordirland überhaupt nicht gefallen. Also, daher hätte ich am liebsten keinen von beiden weiter gesehen. Aber, gegen Belgien, muss ich wiederum sagen, da hat es Wales wirklich verdient. Das war überragend, was die da geleistet haben. Von Belgien, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr enttäuscht. Aber auch da ist wieder so dieses Ding, dieser ganze Hintergrundsklabergemache da über Wilmots und das ganze Team. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur aufpushen ist von den Medien. Oder ob da wirklich im Hintergrund die Mannschaft gar nicht so einig ist mit Wilmots. Keine Ahnung, kann ich nicht bewerten. Und ich sage nur eins, die Mannschaft wirkte nicht gerade willig gegen Wales. Sie wirkte eher im Streiken. Sie wirkte grauenhaft und auch nicht als Kollektiv. Und dann kannst du sowas auch nicht gewinnen. Also, es wirkte für mich wirklich so, wie wir wollen dem Land schaden. Wir wollen Wilmots rausschmeißen, deswegen verlieren wir mit Absicht. So kam ein bisschen das Ganze rüber. Frankreich gegen Island. 5 zu 2 leider war das kein Ergebnis für das Elfmeterschießen, sondern es war in den 90 Minuten. Und ich muss sagen, Island verabschiedet sich mit einem unfairen Endergebnis. Das ist wirklich bedauerlich. Aber, wenn ihr selbst unter den Social-Netzwerken mal gesehen habt, wie dieses Land dann die Ankömmlinge aus der EM gefeiert haben. Da kann Frankreich von Miros Weltmeister werden. Die werden nicht so geil befeiert wie die in Island. Das ist einfach sowas von geil. Und ich habe auch schon gehört, so wie Bjarna Son zum Beispiel, der blonde, lange Haare hat. Der ja richtig, ich habe noch keinen Fußballer in letzter Zeit so gesehen, der so leidenschaftlich fightet und Fußball spielt. Der hat jetzt auch einige Angebote, auch aus der Bundesliga. Und da bin ich gespannt, in der Bundesliga würde ich ihn gerne sehen. Ich würde ihn ja gerne, weil wir ja, also wir meine ich, mein Lieblingsverein, FC Kaiserslautern, Böth Vasson haben, der ja immer Stammspieler war bei der EM im Sturm. Wünsche ich mir ja, dass Bjarna Son zum FCK wechselt, aber das wird zu teuer sein. Wäre aber geil. Und man muss sagen, wenn Frankreich zwei Gegentreffer gegen ein Island bekommt, ist für mich Frankreich, ja, zeigt das Ergebnis. Ja, natürlich ist es schön, aber es zeigt nicht, dass Frankreich wahrscheinlich es verbocken wird gegen Deutschland. Die sind nicht so stark, wie man denkt. Sie haben gute Aktionen gelegt, schöne Tore erzielt. Man muss aber zu zumindest drei Toren oder vier Toren sagen, diesmal hat bedauerlicherweise die Abwehr von Island nicht so gut gearbeitet, nicht so konzentriert gearbeitet wie in den letzten Spielen. Und auch der Torwart hat vielleicht zu viele Filme gedreht und war in Gedanken, irgendwo anders. Hat mir zu viele Schüssefehler gemacht, zu viele falsche Entscheidungen getroffen, dass einfach so viele Tore gekommen sind. Und hätte man da wieder konstante Leistungen gebracht, den Abwehr und dem Tor, glaube ich, wäre es niemals so rausgegangen. Vielleicht wäre es sogar ein 1-2 für Island gewonnen oder ein 2-2 und es gäbe die Verlängerung. Also da war ich ein bisschen traurig, dass da leider die Abwehr diesmal ihre Arbeit nicht so gut gemacht hat, wie in den letzten Spielen. Und der Torwart sehr oft falsche Entscheidungen beim Rausgehen getroffen hat und beim Wegfausten ist schade. Ist wirklich sehr, sehr schade, aber Island kann sich trotzdem als der große, große Meister der Herzen ansehen. Und das muss ich schon sagen, das finde ich schon richtig geil. Und ich finde es auch ein Tickchen geiler als Wales, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Wales drücke ich natürlich gegen Portugal schon so ein bisschen die Daumen. Muss ich schon irgendwie sagen, weil das auch schon irgendwie phänomenal ist. So und ja, ich finde es halt schade, wie gesagt. Und Frankreich feiert sich vielleicht jetzt zu groß, haben jetzt zu große Euphorien. Das könnte ein Vorteil für Deutschland in diesem Fall werden. Wer weiß, es könnte sein. Und ja, Deutschland gegen Italien, 6 zu 5,5 Meter schießen. Leute, ich glaube wirklich, ich habe fast einen Herzenfack gekriegt bei diesem Elfmeterschießen. Ich hasse ja ehrlich gesagt Elfmeterschießen, weil das ist so ein Glücksspiel. Das ist so ein, ey, wenn wir jetzt rausgeflogen sind, dann, ich wäre so abgegangen im negativen Sinne. Man hätte mich erstmal wieder 200 Tage beruhigen müssen. Ach ja, man muss aber ganz ehrlich sagen, es war kein starkes Spiel von Deutschland. Es war kein starkes Spiel. Jürgen Löw sagte im Nachhinein in der Pressekonferenz, er ist total zufrieden gewesen bei dem Spiel. Alles Taktische wurde, ja, wurde umgesetzt und wurde auch erreicht. Und da frage ich mich, what the fuck, was geht mit dir, Herr Löw? Ich habe es so gesehen, wenn wir rausgeflogen wären, hätte ich Jürgen Löw die Schuld gegeben. Weil, warum muss denn immer wieder diese blöde Veränderung stattfinden in einem Moment? Und viele hacken jetzt auf den Moment Scheu rum, weil er das auch kritisiert, dass man plötzlich dann die Formation ändert, die Taktik ändert, die eigentlich erfolgreich war. Jetzt hacken alle auf Scheu rum, weil er das einfach brutal angegangen ist. Ich muss sagen, ich stimme ihm zu. Wir haben verdammt viel Glück gehabt, dass wir jetzt weiter sind. Wir haben super tollen Fußball gezeigt im Achtelfinale. Draxler plötzlich immer die Goalgetter, komischerweise, die wirklich überzeugend waren, fliegen dann plötzlich raus. Und wir haben es in den letzten Jahren gezeigt, dass es auch mal in die Hose gehen kann, wenn man dann plötzlich sagt, oh, jetzt kommt ein großer Gegner, jetzt müssen wir die Taktik ändern. Finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Und hat mich ein bisschen überrascht, muss ich auch ehrlich sagen. Und man hat es einfach auch gemerkt. Umsetzung hin oder her. Mir hat das überhaupt nicht gefallen. Und ganz ehrlich, Boateng war überragend. War überragend gut. Ich bin jetzt nicht der größte Bayern-Fan, aber ich muss sagen, das ist schon ein geiler Spieler. Das ist ein überragender Spieler. Das haben wir auch bei den Bayern schon gesehen. Das sehen wir auch bei Deutschland. Und mit Hummels ist er noch ein Tickchen stärker. Und das ärgert mich einfach wirklich, dass diese beiden jetzt bei den Bayern spielen. Weil ich finde, die Bayern sind eh schon overpowered. Man sollte dafür sorgen, dass sie nicht mehr so overpowered sein dürfen. Dass die Liga endlich wieder spannender wird. Aber jetzt haben sie halt eine Abwehr. Ich sage euch, Leute, ich glaube, die werden Neujahr kann sich einen Tisch ins Tor reinbauen lassen. Ich sage euch, der braucht gar nichts mehr halten in der neuen Saison. Trotz all dem Lob muss ich sagen, What the fuck, Boateng, was sollen deine Hände da oben bei dem Elfmeter? Was soll das? Was hat er sich dabei gedacht? Wollte er ein bisschen Aufmerksamkeit? So, wuhu, hier bin ich. Also ganz ehrlich, da war ich ein bisschen überrascht, was er damit wollte. Für mich wirkt das aber im Nachhinein so ein bisschen, als wurde er geschubst. Und war so, hey, und wollte sich dabei beschweren, gerade mit den Händen. Und der Skiräte hat sich gecheckt. Und dann hat er ein Bumms, kam der Ball da gegen die Hand. Also ganz ehrlich, das war schon bitter. Muss aber auch sagen, vom Spielablauf her ist es in Ordnung gewesen. Das 1 zu 1. Und jetzt ist es halt ein 6,5 Meter Schießen geworden. Hector hat es klar gemacht. Und ganz ehrlich, von Schweinsteiger bin ich maßmäßig, Mobi, Barbie, Bübeli, total enttäuscht. Also ganz ehrlich, er ist so erfahren. Er hat so gelernt, eine Geduld zu haben. Durch das Champions-League-Spiel auch, doch home gegen Chelsea. Und so sollte er eigentlich wissen, wie ruhig und gelassen man bei so einem Moment sein sollte. Und dann macht er so einen verbockten Elfmeter. Also ganz ehrlich, das ist mir ein Rätsel, wieso ein erfahrener Spieler dann doch noch so aufgeregt sein kann. Der müsste eigentlich doch die Erfahrung haben, wie man sich da cooldownt und dann einfach das Ding macht. Ja, also muss ich schon sagen, aber Laza oder Laza, seine Aktion, die war die geilste. Mein Gott, haben wir gelacht. Aber gut, so ist das nun mal. Und jetzt sind wir weiter und können dieses Thema endlich abschließen. Und lass uns doch mal aufs Halbfinale jetzt gehen. Heute Abend, während ich diese Aufnahme mache, heute Abend, der 6. Juli, spielt Portugal gegen Wales 21 Uhr und morgen 21 Uhr Deutschland gegen Frankreich. Wir müssen ja eigentlich jetzt schon so sehen, dass Deutschland-Frankreich eigentlich das Finale sein müsste. Wenn man jetzt von den Mannschaftsstärken der Länder ausgehen würde, wäre wahrscheinlich jetzt das Finale Portugal-Deutschland. Aber, wenn wir jetzt zum Tippen kommen, sage ich ganz dreist, Wales durchschaut die Taktik von Portugal und es wird ein 1 zu 2 für Wales. Ich denke, die Sensation wird jetzt mal ganz klar. Ich sage das jetzt einfach mal. Und Deutschland gegen Frankreich, ganz ehrlich, Leute, da bin ich jetzt so ein bisschen gespaltet. Ich habe keine Ahnung, was ich da sehen soll. Also Frankreich hat offensiv gesehen manchmal extremst gute Momente. Abwehr läuft nicht so prickelt, muss man sagen. Deutschland aber, wenn sie so spielen wie in Italien, vergiss es, dann verlieren wir das Ding morgen 2-0 oder so. Wenn wir so spielen wie in Slowakei, gewinnen wir das Ding 2-1 oder so. Aber ich weiß nicht, was der Löw vorhat. Uns fehlt Hummels, vergesst das nicht. Hummels fehlt uns gelb gesperrt. Das wird richtig brutal. Khedira ist noch nicht so ganz safe, aber ich glaube, so wie ich gelesen habe, die EM ist für ihn vorbei. Schweinsteiger ist nicht dabei, so viel ich weiß. Gomez, seine EM ist vorbei. Verletzt. Weigl steht vor dem Debüt. Also, es wird schwierig, Leute. Und wenn ich es tippen könnte hier, würde ich ein 1-1 tippen oder so und würde sagen, es geht wieder Elfmeterschießen. Da ich Deutscher bin, gibt es ein bisschen pro Deutschland. Obwohl mein Gefühl sagt, es ist vorbei für Deutschland, sage ich jetzt einfach mal ein 2-1 für Deutschland. Einfach mal noch ein bisschen, um an positiven Glauben zu verbreiten. Und dann wäre das Finale am Sonntag, 21 Uhr. Wales gegen Deutschland. Das wäre überragend. Ganz, ganz böse mal gesagt zu Wales. Dann werden wir natürlich das Spiel auch auf jeden Fall gewinnen. Aber Wales kann sich als Zweiter schon schätzen. Was hier nicht drin ist, natürlich Platz, obwohl, gibt es bei der EM überhaupt ein Spiel über Platz 3? Gibt es gar nicht, ne? Gibt es gar nicht. Weiß ich schon gar nicht mehr, aber ich glaube nicht, ne? So, das dazu. Und ich gebe noch eine Sache, die ich euch zeigen möchte zum Thema Frankreich, Deutschland, warum ich auch für Deutschland bin, ist, das interessiert euch vielleicht. Und zwar folgendermaßen, muss ich mal kurz noch ein bisschen hier vor euch, äh, hoppala, mal kurz so ein bisschen so machen. So. Und zwar, das hat die Spotshow veröffentlicht. Und zwar, ich habe das auch vor kurzem getwittert, nach dem Spiel gegen Italien, dass sich Frankreich nicht so früh fahren sollte. Denn Deutschland hat zuletzt 58 gegen einen Gastgeber verloren und sonst immer gewonnen. Deutschlands Halbfinalbilanz gegen Turniergastgeber. Da sehen wir WM, 1958 haben wir gegen Schweden 1 zu 3 verloren. Schweden stand damals im Finale. Und dann haben wir alle Halbfinalspiele gegen Turniergastgeber gewonnen. EM 1972 2 zu 1 gegen Belgien. EM 1976 Nachverlängerung 4 zu 2 gegen Jugoslawien damals noch. Dann EM 1992 3 zu 2 gegen Schweden. Schon wieder, ne? Aber diesmal war es EM und nicht WM. Obwohl, was heißt schon wieder? Waren ja einige Jahre dazwischen. Fast 30 Jahre. So, EM 1996 7 zu 6 nach Reifmeterschießen gegen England. WM 2002 in Japan, Südkorea. Haben wir 1 zu 0 gegen Südkorea gewonnen. Können Sie sich daran erinnern. Ballacks absichtliches Rotgehole, dass wir das Ding noch schaffen. War kein so gutes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. War die erste WM, die ich so als mein, als ich noch junger Bub war, geh, noch so im Kopf mir merken konnte. Alles davor war alles ein bisschen, alles ein bisschen, ja, war ich zu klein, um mir das alles abzuspeichern. Und dann, das geilste Spiel, das wir niemals vergessen werden. WM 2014 7 zu 1 gegen Brasilien. Das war überragend. Das Spiel habe ich dann auch noch die Highlights nochmal getwittert. Weil das ging ja so richtig ab, Leute. Das war mal so megamäßig. Also, wie wir da alle, glaube ich, wir Deutschen geflasht waren von diesem Spiel. Und da sollte Frankreich gefasst sein. Wenn du das Spiel gegen Brasilien nochmal genießen willst, dann schau einfach mal in die Beschreibung. Ich habe den Link zur ZDF YouTube-Seite mal verlinkt, das Spiel in der Beschreibung. Denn man darf das sich da gerne nochmal ansehen. Und das ist schon richtig geil gewesen. Da kriegt man nochmal so richtig Gänsehaut und macht euch vielleicht auf das Spiel gegen Deutschland-Frankreich richtig heiß. Schon. Und jetzt gehen wir zum Abschluss dieser Folge. Ich habe heute übrigens nichts vorbereitet über Bundesliga und andere Sachen. Gibt nichts Spannendes zur Zeit, außer einige Wechsel, wie zum Beispiel das Hulk-Arschteuer nach China gewechselt ist. Das Neustädter, der alte Schalker, jetzt bei Fenerbahce ist. Das ist ein so Wechsel. Ist aber jetzt nicht so spannend. Das Letzte, was wir jetzt machen, ist natürlich die Aufstellung gegen Frankreich. Da bin ich mir überlegen, ich glaube nicht, dass Jügel Löw wieder mit einer Dreierabwehrkette rangeht. Also ich muss sagen, oh, da fällt mir noch was ein zur Kritik zu Deutschland. Kimmich zum Beispiel fand ich war der Schwachpunkt des Teams. Italien hat das auch gecheckt, ist viel über Kimmichs Seite gegangen. Also Kimmich ist ein super Fußballer, ganz klar. Und in den letzten Spielen haben wir auch gesehen, dass er richtig geil ist. Aber das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Und da hatte Jens dazu gesagt, oh, nimm ihn doch raus, nimm ihn doch jetzt raus. Und ich denke, dass auch Jügel Löw gemerkt hat, oh, das war jetzt sportlich, das war auch offensivmäßig und so, nicht mehr so schlau. Lassen Sie mal wieder eine Viererabwehrkette spielen, auch wenn das natürlich ein bisschen schwierig wird, auch weil Hummels fehlt. Denk ich, würde er nicht mehr eine Dreierabwehrkette spielen und natürlich ein neuer im Tor, der überragend EM spielt. Dann hackt natürlich auf der linken Seite, ist ganz klar. Boateng spielt, bitte mit Hände unten. Dann sage ich, Höwedes wird da im Zentrum spielen. Es kann aber auch was anderes passieren. Ich wollte es hier Kimmich hinpacken, aber was ich auch mir vorstellen kann, weil er auch glaube ich Jügel Löw gemerkt hat, dass Kimmich nur offensiv stark war, aber defensiv nicht so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er auch mal wieder auf die allererste von, gegen Ukraine geht, dass er sagt, Höwedes rechts und Mustavi in die Mitte, weil das sind erfahrenere Spieler gegen Frankreich, das könnte ich mir eher vorstellen. Und Kimmich erst auf der Bank, ich glaube, das sage ich jetzt auch erst mal. Hinten im Zentrum wird Toni Groß spielen und ich finde, nach den Gerüchten der Medien, ich bin auch dafür, es sollte soweit sein. Er hat auch eine super Vorbereitungsspiel, Weigel spielt da hinten mit drin. Je nachdem, wie das mit Kedira und Schweinsteiger ausgeht, aber so viel ich weiß, spielen sie nicht. So, dann würde ich sagen, ganz ehrlich, Özil ins Zentrum, Gomes ist ja verletzt, ich sage jetzt einfach mal Müller da vorne. Müller gefällt mir, ehrlich gesagt, überhaupt hat mir gegen die Teilen gar nicht so gefallen, aber er ist noch mal ein Fighter, er ist noch mal eine Präsenzfigur, deswegen sollte er im Sturm einfach spielen. Dann, ähm, muss ich sagen, ich bin jetzt nicht so der Draxler-Fan, aber ich finde, er macht es nicht so schlecht, deswegen sollte Draxler spielen und auf der rechten Seite bin ich mir jetzt unschlüssig. Ich finde schon, dass Götze vielleicht nochmal die Möglichkeit bekommen sollte, aber ich denke mal, er wird sich was anderes überlegen. Wieso nicht Sané mal bringen, das wäre auch mal eine Idee, ähm, aber da bin ich mir unschlüssig, ich denke, er wird dann eher Götze oder Schürrle oder sowas bringen und Draxler, ja, müsste dann auch auf die andere Seite, das ist nicht so Draxlers Bier. Vielleicht macht er das ja mal, ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein und sage Sané, ich glaube nicht, dass er es tun wird, aber ich sage das jetzt einfach mal, speichere das Ganze hier ab, Wumms, Diedel, Dumms, und da sehen wir, Boateng wird natürlich wieder gesetzt, Toni Groß, Neuer, Hector, Müller, Özil und wir gucken uns das mal in der Gesamtübersicht wieder an, was so die meisten sagen. Die sagen Neuer, Kimmich, Höwedes, Hector, Boateng, das sagen die, also die sagen Höwedes sollten ersetzen, ich denke mir auch Kimmich, aber um, ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein mit Mustavi und Höwedes, es wird wahrscheinlich Kimmich spielen, ich versuche einfach mal immer ein bisschen selbst eine Herausforderung zu sammeln und einfach mal um das Unerwartete doch vielleicht hinzubiegen. Özil und Weigel, das wird definitiv Toni Groß und Weigel werden schon sein, ich weiß nicht, wie andere Zuschauer das sehen, die sehen immer die Position anders als ich. Toni Groß auf der linken Seite, Draxl als Spielmacher, Müller rechts und Götze vorne. Schauen wir mal, das ist natürlich auch logisch, da hätte ich gar nicht mehr gedacht, Götze alleine wieder vorne und Müller, aber ich finde es nicht gut, ehrlich gesagt, deswegen bleibe ich bei meinem. 4-5-1-Taktik sagen immer noch die meisten und dann sehen wir hier auch, was am meisten gevotet wird. Es ist natürlich klar, dass Khedira, Hummels und Gomez nicht gevotet wird, weil die ja verletzt sind und Schürrle zum Beispiel sehen auch so wie ich ganz viele ganz schlechte in dieser EM und deswegen wurde auch gar nicht mehr viel getippt, aber okay. Dann haben wir hier Kimmich, 92%, Draxl 89%, Höwedes 72%, sehen gar nicht so, so viele. Mustavi 48%, Weigel nur 46%. Okay, so ist das nun mal. Können wir auch nichts ändern. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ihr könnt ja mal runterkommentieren, was ihr für eine Aufstellung seht. Ich bin jetzt ja mal so ein kleines Risiko eingegangen mit zwei Veränderungen. Ich als Trainer, ehrlich gesagt, wäre nicht so zufrieden von dem Italienspiel. Muss aber sagen, ich kenne natürlich nicht das, was Jügelöw so macht und damit verabschiede ich mich und sage, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen, das würde mich freuen. Tschö.